Jetzt einmal trainieren gehen, dann muss ich mich ein bisschen erholen und dann muss ich die Energie auf die Slalom-Ski bringen. Da ist sehr viel los jetzt, sehr anstrengend. Ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache, jedes Monat. Ich bin einfach zu müde. Ich bin einfach zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen. Absolut, ich bin mit dir.